Musik 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 Und damit Willkommen auf dem Noboplay.net-Server, ja das ganze ist ein kleiner, netter Server mit einer sehr schön aussehenden Lobby, mir gefällt ganz besonders das da drüben, einfach nur weil es aussieht wie Minecraft in XXL, also das hat irgendwie so einen eigenen Stil und das ist einfach geil, muss man sagen, also mir gefällt hier dieser Abteil der Lobby mit am besten, auch wenn er höchstwahrscheinlich mit am wenigsten Aufwand gebaut worden ist. Ja, auf jeden Fall, dann weiterhin zur Lobby, die Lobby ist halt eben sehr Gommel-lastig gehalten, genauso wie die Spielmodi, Quick Survival Games kann ich oft Gommel spielen, zum Beispiel oder halt eben auch auf andere großen Servern hier wie 1.2.1 kann ich oft Molias spielen, da muss ich nicht unbedingt auf diesen Server gehen. Sky PvP oder FFA gibt es auf jedem zweiten Server heutzutage, da muss ich auch nicht unbedingt hergehen, das ist halt eben so ein riesen Minuspunkt, man muss hier sich halt eben Gedanken machen, ob man nicht vielleicht eigene Spielmodi macht, um halt eben, ja den Server ein bisschen voranzubekommen, weil ich sag mal so, mit so Spielmodi, wie er es jetzt hat, der Server, kommt man vielleicht nicht unbedingt mehr an Spieler dran, daher man diese Spielmodi vielleicht überall anders ausspielen kann und halt eben dort vielleicht auch ein Stück besser. Ja, ähm, da muss ich auf jeden Fall das Server nochmal dran halten, dass da sich etwas in der Spielmodi-Richtung ändert. Ansonsten ist das ein sehr schöner Server. Geht ruhig mal drauf, besucht ihn, spielt drauf, äh, macht eine eigene Servervorstellung, schickt mir den Link in die, äh, Beschreibung und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.